wir haben noch zwei missionen die ich leider nachbereiten muss die erst werden wir jetzt gleich machen das ist redemption und da springen wir auch direkt mal rein okay auf geht's Ah, caught planes, caught the bell. Advanced to Mark-Nav Point and set up to hold that position Cobalt. The rest of the 360 seconds will push them into the river, leverage the heavy cover along the shoreline and pick the regulars apart that range. You will be holding the flank Cobalt and ensure that none break through. Let's see how everything comes to the field again. Yeah, I was getting pretty restless traveling here. I don't think I've ever seen Wimmer like this. The whole galaxy, everyone is so on edge. Yeah, you'd think with Wimmer in charge and Perez on Walcott. His actions cast a long shadow, even if Dieter Osses took Perez away with him. It will get better once we have driven the 10th out. We just need a win. Aff, we will have it here. And pay back the Sir Colonel for invoking Sir Kai on our behalf. That was no small gesture. She sacrificed her an honor to minimize the fallout on us. So, let's set up the firing line. Du nach da, du nach da. The invasion has barely begun. The invasion has barely begun. You can't do it automatically. Okay. You must do better. What else can we do? We are here. Everyone, take positions. I think I haven't found. The rest of the 360 seconds will be pushing them our way. Pick them off while they for the river. Woah. Yeah, PPC, langsam. Treffer. Ey. Wo denn? Hellooo. Man. Oh, der ist schon ganz schön. ganz schön kaputt. Geh mal ein bisschen näher ran. Ich hab nämlich keine Raketen. Das war der Atlas. Das war der Atlas. Auf zum Hunchback. Ich sollte mich aber einfach mit mehr Heatsinks besorgen. Oh, der war viel zu hoch. Au. Ups. Das war nicht mein Plan. Du gehst jetzt da hoch. Du gehst da hoch. Du gehst da hoch. Du gehst da hoch. Nein, hab ich noch nicht irgendwo hingeschickt. Du gehst da hoch. Du gehst da hoch. Oh, warte mal. Wenn ich die Beine in die richtige Richtung drehe, dann ja. Ja. Echt so ein bisschen vom Tod rumschießen hier. Die Weser bringen leider nicht so viel hier. Ey, ey, ey. Ja, guck mal. Sehr gut. Auf geht's. Ab zur Basis. Auf geht's. Okay. Das war's. Was kann ich sagen? Die alten Geschwister sterben. Aber es ist gesagt, dass dieses Ort in Minerals ist. Es ist perfekt für uns, dass wir hier eine Mining-Altretung machen können. Es ist kein Wunder, dass Ghostbears versuchen, uns hier zu entdecken. Target. Destroys. New Target. Target. Destroys. Target. Destroys. Artillerie! Nee, ist nicht Artillerie. Ach. Hör doch auf, einfach woanders hin zu rennen. Ein Schreck. Ei, ei, ei. Target. Destroys. Entschuldigung. Ich bin ein Schreck. Ich bin ein Schreck. Ich bin ein Schreck. Segen. Pe wrongisiäisen dio? meant toh geschrieben. Ein Schreck. Cenbe скорее Blick. Ein Schreck. Ich bin ein Zebrunner. Peter. Jeste mehr Palestine. A vere. Nicht hier hoch? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, natürlich nicht. Dann gehen wir hier rum. Bisschen exzessiv, ich weiß. Alle auf den Weg, ich krieg aufs Maul. Alle auf dem Battlemaster. Sehr gut. Nächster Schritt, ab nach oben. Nächster Schritt, ab nach oben. Nächster Schritt, ab nach oben. Ah, wird noch genug kommen. Nächster Schritt, we're touching down north of your position to assist. Moving in now to engage the enemy. Acknowledged. Good hunting course one. Da oben ist ein... Weapon Cache hab ich gesehen. Oder Ammo Cache. Ammo Crate, nehm ich auch mit. Ammo Crate, nehm ich auch mit. Guck mal da. Keine Ahnung. Guck mal, salvaged, dann war... Loch mit Turret-Controls. War's das? Ich glaube, ja. Mal von hier aufgetreffen. Ob ich wirklich... Leid... Da, nein. Ist klar! Just a few more and we have their base. We've got them right where we want them. This is it. The final push. Get sick. Sack Knapp durch den Sack, Cockpit weg Ohne Cockpit lässt sich so ein Mensch nämlich relativ schwer steuern, habe ich gehört Oh da sollte ich nicht alleine hin, da ist zu viel Holte ich mal irgendein Fahrzeug da Ja, sehr gut Ah, keine Sensoren Scheiße So, auf den Ja Ah, sehr gut Vindicator hinterher Keine Ahnung, auf Kopfhör gezielt Kann aber auch sonst was gewesen sein Weg damit Ah, weg damit Ja, das lief doch sehr gut Das lief doch wirklich sehr gut Nice, nice, nice So Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir unsere letzte nachbereitete Mission spielen die an honest fight und alles was danach kommt ist dann wieder direkt aufgenommen So Bis zum nächsten Mal, hol rein, ciao Bis zum nächsten Mal